Hallo, ich bin der Stefan und ich wollte ein bisschen über meine Erfahrung mit Gottschling Immobilien sprechen. Ich habe meine Immobilie über Gottschling Immobilien verkauft und mir war es sehr wichtig, dass ich von Anfang an mit Experten zusammenarbeite und einfach nichts den Zufall überlassen möchte. Und es war nämlich so, dass in meiner Straße ein Mehrfamilienhaus verkauft worden ist erst vor kurzem und der Käufer hat es nachher dann drei Monate später für sage und schreibe 100.000 Euro mehr weiterverkauft und das Ganze im selben Zustand und sowas wollte ich halt, dass mir auf keinen Fall passiert. Außerdem hört man auch immer, dass wahnsinnig viele Anrufe und Anschreiben kommen und eben auch sehr viele dabei sind, die einen einfach übers Ohr hauen wollen. Ich habe einen Vollzeitjob, ich habe eine Familie und da habe ich echt keine Zeit und keine Lust zwischen Job und Familie, jede Menge Telefonate, Anschriften und E-Mails zu koordinieren und dann auch noch Termine durchzuführen. Und alleine die Unterlagenbeschaffung für den Verkauf wäre für mich eine wahnsinnige Herausforderung gewesen. Deshalb bin ich froh, dass ich den Verkauf über Gottschling-Immobilien durchgeführt habe. Ich habe mit der ganzen Sache nichts zu tun gehabt. Mir wurde nach fünf Wochen der potenzielle Käufer vorgestellt und ich konnte ihn einfach noch einem besseren Verkaufspreis sogar erzielen, als ich gedacht hätte. Und nicht einmal den Notar-Termin habe ich selbst vereinbaren müssen. Das Einzige, was ich noch selber machen habe müssen, das war die Unterschrift und dann Kaufvertrag.